Guten Abend! Maria, wissen Sie, was das Ärgste ist, Frau Spierer? Der Baby will immer Sex mit Socken. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Nein, aber hin und wieder könnt ihr mit mir auch wollen. Wenn ich nur weiß, dass es da einen gibt, der mich mag. So lang ist jeder Tag für mich ein einziges Blog. Aber hallo, hallo! Sexshop zur Floatenkaroten. Mit diesem Gerät können Sie praktisch alles machen in der Küche. Sie können faschieren, kastrieren, vegetieren. Wenn ich nur weiß, du liegst neben mir, dann riech ich schon neben dir die Socken, die 24 Stunden fallen. Also, ich hätte ja folgendes gesehen. Also, 2015 ist ja ordentlich was los in den Sternen. Nein! 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 Ich kaufe jeden Schaass. Jedes Klumpert findet den Weg zu mir. Jesus, Maria und Josef, da hat einer geschossen. Um Gottes willen, hab ich mich geschreckt. So, I will tell you now. The dead man was shot. Der tote Mann war shot. Darum sag ich, Peppi, wo bleibt die Leiter? Ich glaub noch immer nicht aufs letzte Brett. Mein Name ist Maria Fekter und es kennt mich keine Sau mehr. Dann sag ich, Peppi, komm du doch weiter. Das Licht im Scheißhaus brennt noch immer nicht. Bitte, 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 bitte. Das ist der Peppi. Er braucht ein Platzerl. Er ist pflegeleicht und kastriert. Ich will das Haum. Das Reisfleisch vom Felix. Es macht nichts anderes wie er mein Leib speiss mich selig. Und da im Herz schlopft so ein Larm. Bis in den Darm. Ich glaub ich dran. So gut ist das Reisfleisch von Felix, ich will das Hoooooooooooooom bist Ihr zuerst